Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft zusammen mit Ben. Hallöchen. Hallöchen, heute im Crossy Road Style, aber in der Minecraft Edition, denn wir haben hier ein paar Minecarts, die werden versuchen uns zu überfahren und wir müssen denen natürlich ausweichen. Derjenige, der länger überlebt, der bekommt plus 10 Ehre, würde ich sagen. Ben, bist du ready? Dann klapp ich mir ja dann, easy, ja, ich bin ready. Okay, easy ist auch unsere erste Map. Weißt du, was auch easy ist? Das ist easy. Du liken es ziemlich easy. Das ist natürlich easy as that. Dann smash doch mal den Like-Button und den Abo-Button. Ich habe gesehen, obwohl so viele in meinen Videos gucken gerade, abonniert keiner. Warum abonniert mich keiner? Abonniert doch mal. Okay, let's go. Erste Map. Multiplayer. Ich bin, oh, ich bin Timo Roth. Ja, ich bin Blue. Verdauschte Seiten, verdauschte Seiten. Okay, und die kommen jetzt von vorn. Oder wie, die Musik ist übel laut bei mir. Ich habe die Musik ausgestellt. Oh mein Gott. Alter. Hä, ich bin direkt tot. Das ist übel schwer. Haha, Alter. Ich bin der Meister hier dran. Hä, ich bin nach zwei Sekunden gestorben. Ja, ich weiß. Du hast auch nicht viel länger überlebt. Hä, ich habe, ich habe, na gut, dann hat es aufgehört, dass die Minecarts kommen. Ben, ich gebe dir noch eine Chance. Das war die Einsteigerrunde. Ich, ähm, naja. Naja. Wahrscheinlich ist das immer die gleiche Reihenfolge. Das ist auswendig gelernt, ey. Nein. Ich habe schon ein bisschen angefangen zu spielen. Ah, jetzt geht es los. Oh mein Gott. Hahaha. Easy. Das waren unsere Einspielrunden, okay? Jetzt hat jeder, jetzt hat jeder... Es ist aber wirklich schwer, weil die kommen nicht gerade angefahren, sondern so schräg. Wollen wir das, wollen wir das so machen? Jeder hat drei Leben und, äh, wessen Leben als erstes vorbei ist, äh... Wollen wir nicht mal eine andere Map? Eine andere Map, willst du jetzt schon? Okay, dann wähl mal aus. Beach. Okay. Multiplayer Mode. Let's go. Jeder hat drei Leben ab jetzt. Ach, du heilige. Ich gehe erstmal einen Schritt zurück. Ich glaube, die ist einfacher sogar. Die ist einfacher, meinst du? Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, wann die Map startet, weil ich habe ihn kein... Jetzt. Ja, ich glaube, das ist einfacher, weil man sieht gerade... Man sieht besser, wo die kommen. Ja, okay. Wir haben auch jetzt mal länger als drei Sekunden überlebt. Nice, nice, nice. Easy, easy, easy. Das wird ein Highscore, Weltrekord. Weltrekord, Alter. Ich mache die ganze Zeit nichts. Jetzt muss ich erst was machen. So. Oh, nein! Oh, ich habe... Äh! Bist du auch gerade drüber gesprungen? Ja, Mama, kann über die springen, ne? Das wusste ich nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich auch, aber man hat es trotzdem ausprobiert. Ja, klar, ich dachte, ja gut, aber nichts zu bei dir. Alter! Holy shit! Die Musik ballert mich ins Ohr. Alter, ist es safe, neuer Rekord, oder? Ja, ja. Soll ich dir einen Tipp geben? Nein. Also, doch. Sorry, ich habe außersehen, was gesagt. Du hast immer wieder zurück in die Mitte laufen, ne? Dann hast du die meiste Flexibilität. Und ich habe irgendwie die Butze gewonnen. Okay, ein Leben habe ich jetzt weniger. Verdammt, ey, verdammt. Das Rekord war das mal, das stand doch rechts, oder? Erst mal gucken. Äh, äh, bla, 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 bla. Ne, steht hier nicht. Okay, wollen wir jetzt mal zum Medium rüber? Ja. Medium Construction. Let go. Let go. Von oben, Alter. Ja. Das schon, also man merkt, das ist auf jeden Fall schwieriger. Mhm. Man muss sich schon heftig konzentrieren. Ja, besonders wenn du jetzt stirbst, dann habe ich schon den Matchball im nächsten Ding. Ja, echt so, echt so. Okay, 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 okay. Wenn vier kommen, dann bin ich immer so richtig Confusion. Oh, oh. Rüberschreien. Verdammt. Easy. Oh, no. Jetzt, jetzt kann Ben das battlen. Matchball. Und das Ding ist, die Maps sind ja auch nicht leichter. Okay. Wo muss ich hin? Äh, äh, wo müssen wir hin? Ich denke, wo ich stehe. Okay. Ja, das macht auch am meisten Sinn. Hä, bin ich dumm? Ah. Das ist übelst schwer, die Map. Jo. Geil. Geil, Alter. Geil. Hä, ich komme nicht mit klar, wenn die nicht gerade auf einen Zoo fahren, Alter. Das checkt mein Gehirn irgendwie nicht. Okay, das heißt, du hast ein Leben bis jetzt nur verloren. Oh, da muss man... Geht. Ja, geht noch, geht noch. Ich habe schon länger überlegt, als auf der Mittelmap. Oh, jetzt kommen sie wieder hier von gerade. Das ist natürlich easy für den Ben. Easy, easy, easy. Bitte, bitte stirb. Bitte stirb eher als ich. Das wäre nett. Ich darf hier nicht verlieren. Oh. Das war ein Major Club. Das war noch viel Klapp. Das ist auch... Oh, das war... Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's mega ab, Alter. Alter, das ist, als ob wir jetzt auf der harten Map einen neuen Rekord machen. Oh Gott, oh Gott. Hast du einen Timer? Hast du einen Timer? Nee, leider nicht. Ach so. Es gibt es wahrscheinlich nur einen Singleplayer. Ja. Ja, ja. Aber ich finde die mehr bleich, wenn man sieht sie auf sich zukommen, dann checkt man das so. Ich finde es schwierig, wenn die solche Kurven machen. Oh, no! Das war gerade der krasseste, das krasseste Ausweichmanöver der Welt. Hä, Ben? Warum, warum, warum machst du nicht... Eine Maschine, Alter. Warum machst du... Nein, das war so dumm. Oh mein Gott. Ich habe mich verdrückt. Es war nicht... Oh. Oh mein Gott. Holy. Jetzt kommt der Match bei. Jetzt kommt der Match bei. Wir müssen nochmal die Jungle Map machen, weil die anderen sind für Singleplayer. Boom. Boom. Oh, jetzt bin ich rot. Gutes Zeit. Ich bin blau. Drei. Entscheide... Nee. Das entscheidet jetzt über alles. Steht Gleichstand. Sicher? Ja, 100 pro. Okay. Easy einarbeiten, aber nicht zu easy nehmen, wie die Mathearbeit. Hm. Okay, das kriegen wir noch hin. Wir haben halt auch leider... Wir kommen zuvor, als ob die nicht schwieriger ist. Keine Ahnung. Ja, ich fand am schwierigsten, ehrlich gesagt, die... Die erste. Ja. Aber vielleicht hatten wir es da noch nicht drauf. Hm. Hm. Lina, alles gut? Oh mein Gott, ich hatte automatische Springern. Glaub ich. Wäre cool, wenn ich so rüber gehen könnte nebenbei und dich dann so schlagen könnte. Aber du musst da aufpassen, dass du selber nicht überfahren wirst. Ja, ich bin jetzt auf rot. Das ist ein Zeichen, Lina. Oh. Eigentlich habe ich den berührt, aber gut, lass uns nicht drüber reden. Ja, Hacker, man. Boah, jetzt geht es aber ab hier. Ja, 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 jetzt, jetzt. Weißt du, wir sind weiter als beim letzten Mal? Ähm, nein, sind wir noch nicht, glaube ich. Letztes Mal kam mir länger vor. Ich habe eine neue Taktik. Ich habe eine mega gute Taktik, Alter. Oh, ja, die ist gut. Meine Taktik ist so P, ich bin nur gestorben als letztes Mal, dass du sie doppelt gedrückt habe. Ja, das könnte dir natürlich auch ein zweites Mal passieren. Nee, 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 nee. Oh, das ist mir gerade tatsächlich gerade passiert, aber ich bin nicht gestorben. Oh. Oh, Alter, was geht denn jetzt ab, Alter? Oh, oh, oh. Jetzt geht es aber ab. Jetzt ist, jetzt ist... Extreme. Check nichts in meinem Leben. Ich check alles. Als ob du das auch noch schaffst. Ja, ja, wenn, ja, ja. Ich weine fast vor Konzentration. Oh, oh, ja. Oh, nein. Yeah. Boom, 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 boom. Oh, Mann. Aber es war heftig. Das war heftig schwierig. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst mir irgendein Abo da. Darüber freue ich mich ums mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut da rein, Leute. Ciao. Ciao.